»Nun ist eine Weile vergangen, seit wir den Schlimmsten aller Bescheide erhalten haben. Mein Todestag steht fest. Wir beide kennen das Datum. Es ist unbegreiflich, ich kann es nicht fassen, dass ich hier sitze und schreibe und gleichzeitig weiß, dass meine Zeit bemessen ist. Das war sie im Grunde immer, auch wenn wir Menschen oft nachlässig glauben, dass der Tod nur für andere gilt und nicht für uns selbst. Als gäbe es eine dritte Alternative, irgendwo zwischen dem ewigen Leben und der ewigen Ruhe. Als könnte man, ganz wie man wollte, durch das Tor schreiten, das die Lebenden von den Toten tönt. Glaub mir, so ist es nicht. Vielleicht verdiene ich es nicht besser. Vielleicht ist es sogar gerecht, dass ich früher abberufen werde, als wir beides uns gewünscht haben. Deshalb schreibe ich diesen Brief, weil ich eine solche Angst habe, dass ich den Tod verdienen könnte, der vor mir liegt. Du sollst endlich erfahren, dass ich vor etlichen Jahren etwas erbärmlich Dummes getan habe. Weißt du noch, als unsere Tochter gerade zur Welt gekommen war und ich immer noch mit den Verletzungen zu kämpfen hatte, die ich mir bei dem Autounfall zugezogen hatte? Natürlich erinnerst du dich. Es war eine schlimme Zeit. Und sicher erinnerst du dich auch noch an die Tabletten, die ich genommen habe und daran, wie wir darüber gelacht haben, dass sie stark genug seien, um mein Pferd in Tiefschlaf zu versetzen. Gott weiß, dass ich die Tabletten gebraucht habe, um den Alltag durchzustehen, um meine Kräfte und meinen Körper zurückzugewinnen. Aber es war, wie du gesagt hast. Kopf und Blick wurden einfach nicht klar, ehe die Schmerzen endlich nachließen und ich mich vom Morphium freigemacht hatte. Ein einziges Mal war ich unaufmerksam. Ein einziges Mal. Doch das genügte, um das Leben eines Menschen zu zerstören. Es war ein Dienstag. Folgendes ist passiert. Ich setzte mich ins Auto, um nach Uppsala zu fahren und meinen Chef anlässlich eines Geschäftsessens zu treffen, das später am Abend stattfinden sollte, obwohl ich krankgeschrieben war, obwohl ich Probleme hatte, mich zu bewegen und obwohl meine Sinne durch die vielen Tabletten benebelt waren. Ich hätte mit der Bahn fahren müssen. Aber das tat ich nicht. Und ich überfuhr einen anderen Menschen. Ja, du hast richtig gelesen. Es ist scheiglich und verdammt noch mal unmöglich, es ungeschehen zu machen. Das Geräusch, als sie auf die Motorhaube krachte, als ihr Kopf gegen die Windschutzscheibe knallte. Und dann der vollkommen bizarre Anblick, wie sie, keine drei Sekunden später, leblos auf der Straße hinter dem Auto lag. Ich weiß noch, wie ich in den Rückspiegel starrte und nicht begreifen konnte, wie sie dort hingekommen war. Alles andere hingegen begriff ich nur allzu gut. Entweder würde ich anhalten und die Verantwortung dafür übernehmen müssen, was ich getan hatte. Und da wäre mein Leben zu Ende. Da würde ich vielleicht sogar dich und unser Kind verlieren. Oder ich würde weiterfahren und so tun, als wäre nichts geschehen.